Ja, bevor es losgeht, ist hier einmal der Maurice aus dem Schnitt. Das Set ist bereits geöffnet, das Video ist abgedreht, aber leider ist eine Datei bestätigt. Denn sowohl mein Ton als auch meine Facecam ist nicht zu retten. Bedeutet, wir haben hier keine Facecam und der Ton ist auch nicht so gut wie sonst. Tut mir wirklich leid, aber anders geht es leider nicht. Und jetzt hoffe ich dennoch, dass ihr sehr viel Spaß habt bei den Opening. So Leute, heute habe ich etwas ganz Besonderes, denn wir haben Brothers of Legend hier live vor uns. Und ja, wir dürfen uns wieder pre-release öffnen. Vielen, vielen Dank nochmal an Konami hier. Und es sieht erstmal sehr, sehr schön aus. Also ich muss sagen, die Farben gefallen mir sehr, sehr gut. Und ja, was erwartet uns hier? Hier ist einiges drin. Fünf Karten pro Pack. Klingt jetzt erstmal wenig, aber hier sind nur Secret Rares und Ultra Wares drin. Was sehr, sehr geil ist und sieht sehr, sehr cool aus. 24 Packs. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Es gibt hier einige Karten, die ich daraus gerne hätte und worüber wir reden wollen vor allen Dingen. Aber wir gucken uns das einfach mal Stück durch Stück an. Wir machen es erstmal auf. Gucken uns das gerade an. Oh, ein Silber. Also so leicht, so einen leichten Silbereffekt. Oh, hübsch, hübsch, sehr hübsch. Sehr hübsch gefällt mir sehr, sehr gut auf jeden Fall. So, gehen wir mal hier durch. Und ja, hier. Erdmann schön. Unsere 12. Wir gehen hier mal ein bisschen näher und gucken uns dann an, was wir jetzt beziehen. Ich weiß über das Set nicht so viel. Das ist noch nicht so viel bekannt zum Zeitpunkt Aufnahme dieses Videos. Und wir fangen gleich an. Und wir sehen hier gleich. Straße zum Sternenlicht. Okay. Wusste ich nicht, dass die hier drin ist zum Beispiel. Sehr, sehr nice. Coole Karte. Sieht auch wieder up and on place. Kommt sehr überraschend. Ist eine sehr, sehr coole Karte. Uh, Kaiju. Haben wir Kaiju-Prints drin? Uh, oh, das ist ein Ultra-Ware. Hey Leute, alles Ultra-Wares, ne? Mega hübsch. Mega hübsch. Uh, Kuribar. Hier gibt es neue Kuribus drin. Sehr hübsch. Und uh, gleich neues Reptil. Secret Rare. Wie gesagt, hier sind immer Ultra-Wares und Secret Chests drin. Sehr, sehr, sehr nett. Ähm, mir gefällt sowas übelst. Also, man wird einfach immer belohnt. Man kriegt immer... Oh, Eidos? Eidos? Ich wusste nicht, dass Eidos hier drin ist. Hä? Wie cool ist das denn einfach? Eidos? Okay. Uh, okay. Imphanome. Ich meinte, Imphanoid ist hier definitiv drin. Boah. Nice. Und Ultra-Ware. Fünf-Sterne-Dämmerung. Oh, yeah. Das ist, glaube ich, die... Ja, das ist die... Oh, Mann. Das ist die Karte, die euch alle Kuribos aus dem Deck holt, beziehungsweise die verschiedenen namigen. Sehr, sehr coole Karte. Sehr nice. Und uh, Schlummer. Alter, bisher? Oh, ja. Künstler-Grummel-Kuribo. Äh, nee. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Hübsch. War auch ein Adventskalender drin. Sehr coole Karte. Ähm, sieht sehr hübsch aus. Nämlich in Secret Rare. Uh, Nummer-Rundschutz. Okay, Nummer-Rundschutz. Ähm, kenne ich jetzt gar nicht. Ähm, Konterfalle. Wenn ein Zauner-Feinkart ein Menze-Effekt gewirrt ist, solange ein Nummer-Exit immer so gut ist. Ah, lol. Ein Negate. Cool. Sehr praktisch. Falls ein oder mehr Momente kontrollierst, durch Kampf und den Karteneffekt zu schaffen, solange diese Karte in deiner Friedhof befindet, du kannst diese gesetzte... Aber verbanne sie. Ah, cool. Du kannst sie sogar setzen. Nett, nett. Uh, Phantom Knight. Phantomritter. Hier auch noch mal Reaprint drin. Sehr cool. Sechsel. Puppenstube. Das ist sehr, sehr cool. Äh, viele wissen gar nicht, äh, womit das zu tun hat. Aber, ähm, ja. Hier ist einfach Support drin. Und uff. Alter. Das ist so hübsch. Alter, Secret Rare-Effekt. So hübsch. So, so hübsch. Also, ihr seht, ähm, ich will hier gar nicht irgendwie, äh, durchrushen, weil irgendwie jede Karte ein... Oha, Pinguin-Schwert. Neue Karte. Support für Pinguin. Nett. Aufzieh-Arsenal, auch eine gute Karte. Aber natürlich, ähm, ja, schon ein bisschen älter. Uh, Vertrag des Schicksals mit Utopia. Nett. Uh, Seelenbild in das Tor. Ich finde es interessant, dass, äh, Z1, ähm, einfach quasi Support bekommen hat. Sehr cool. Und, oh, ja. Doppeldecker. Da haben wir... Ja, hier bekommen wir nämlich, äh, den Support für das Deck-Thema. Finde ich cool. Wird wohl ein kompletter Arc-Getype. Ähm, anfangs kamen immer nur so Einzelne raus, mit einzelnen Namen. Da dachte man sich so gefühlt, okay, ähm, einfach nur einzelne Namen, aber jetzt hier. Weißer Spiegel. Wenn dein Fisch-Monster schufe viele niedriger dein Friedhof beschwörter Spezialbeschwung, du kannst... Äh, warte dann. Dann kannst du deiner Hand ein Monster mit derselben Grundnahme wie das Spezialbeschwung-Monster von deinem Deck hinzufügen. Du kannst nur einen Pro-Spielzug nutzen. Super strong Karte für Wasser. Und da sind wir auch schon beim Thema. Hier sind Fisch- beziehungsweise Wasser-Support-Karten drin. Richtig, richtig gute. Fossile Grabung? Was? Was? Wir kriegen einfach fossile Ausgrabungen zum Reprint? Was? Hä? Okay, krass. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Äh, und? Seelen der Magie! Hier ist Seelen der Magie drin. Ich wusste das nicht. Seelen der Magie in Secret Rare. Seelen der Magie in Secret Rare. Ist das... Ist das hübsch. Ist... Ich wusste es nicht. Ich... Oh mein Gott. Seelen der Magie. So gut. So gut. Okay. Seelen der Magie. Äh... Äh... Seelen der Magie heißt die gar nicht. Seelen der Magier heißt die. Was erzähl ich? Oh mein Gott. Nächstes Highlight. Oh mein Gott. Ich komm nicht mehr klar. Seelen der Magie. Super coole Karte. Verlockende Finsternis. Äh... Übelstes Highlight für mich. Ähm... Und Verlockung für die Finsternis. Sternschnuppendrache? Ist hier auch drin? Okay krass. Äh... Wo ist... Ah ja genau. Äh... Hier kommt noch Support raus. Äh... Für... Ähm... Utopia. Stimmt ja. Also Utopia Karten. Äh... Dr. D. Ist für Schicksalshelden. Ähm... Ja... Ist... Ist... Ist ganz nett. Und... Uh... Also... Artwork technisch und Glitzer. Es ist... So schön. Ach... Es ist hübsch. Es ist so... So hübsch. Ähm... Ja krass. Alter. Seelen der Magier. Was ist das? Was ist das? Oh! Okay. Das ist richtig gut. Das ist auch richtig gut. Okay. Ist eine Ultraware. Ähm... Richtig gut. Diese hier könnt ihr nämlich spezial beschwören, wenn ihr einen Wassermonster kontrollieren. Und dann könnt ihr direkt Exit Place gehen. Das heißt mit ihr habt ihr Instant Exit Rang 4. Und hier kommt ein richtig gutes Rang 4 Exit raus. Ziehen wir hoffentlich noch. Äh... Kaijus. Finde ich auch cool, dass die hier im Ultraware Print drin sind. Rotäugige Fusion? Okay. Das habe ich nicht erwartet. Das ist, äh... Krass. Okay. Highlight. Beatrice in Ultraware. Beatrice in Ultraware. Okay. Krass. Und... Alter Geist. Alter Geist. Alter Geist. Das ist doch auch... Ähm... Das ist doch nice. Hier auch drin. Ähm... Wusste... Also... Alter Geist. Part mal hin. Tipps raus. Alter. Okay. Ähm... Es ist... Es ist... Es ist... Ich sag mal so ne. Es ist ganz anders als erwartet. Ähm... Krass. Krass, 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 krass. Äh... Können Sie bitte hier scharf stellen? Das wäre sehr nett. Äh... Äh... Astratopia. Auch sehr schick. Und... Äh... ZS utopischerweise. Boah. Also... Ey... Ich liebe den Secretory-Effekt einfach. Alter. Alter. Seelen der Magie. Ist einfach mein Highlight. Äh... Will ich haben. Ähm... Hier ist auch übrigens, äh... Droplet drin. Ähm... Hätte ich auch sehr, sehr gerne. Natürlich. Okay. Nochmal 39 Utopia. Was? Alternatives Artwork. LoL. Einfach Alternatives Artwork. Kuriboke. Oh! Was? Der ist ja auch als Reprint drin. Böser Held. Zu gut. Zu gut. Oh mein Gott. Okay. Das ist jetzt mal... Ich... Ich... Hin und weg. Hin und weg. Äh... Blumenritter? Ich... Ist hier drin? Was? Okay. Krass. Ich wusste gar nicht, dass hier Blumenritter-Karten drin sind. Äh... Schlammer. Oh! Auch einfach sehr gute Karte. Äh... Ja... Käfer. Wie Organsnett. Und Utopia 99. Utopia Drachen. Wow! Das natürlich auch. Oh mein Gott. Das schon. Das auch. Warte. Die kann... Ey, das ist so gut. Das ist eigentlich der Gegenpack zu den Drachen. Wow! Nice. Gute Karte. Gute Karte. Uh! High. High Karten. Oh mein Gott. High Karten sind ja auch drin. Passt natürlich super. Ich habe ja gesagt, hier kommt Wasser und Fisch Support drin. Ähm. Ist sehr, sehr cool. Kuribu. Aufziehe. Die Kaiju und Alltag heißt Dicis Link 4. Okay Leute. Eht es vor. Zwei Alltag ist Monster. Während der Battle Phase Quick Effect. Du kannst ein anderes Monster als der Lute anbieten. Diese Karte hält ADK in Höhe der ADK Distribut beschworenen. Äh, angebotenen Monster auf dem Spielfeld. Ja, heißt 2-8. Äh, dann wird sie natürlich noch stärker. Zusätzlich. Wenn diese Karte ein Monster durch Kampf zerstört, du kannst ein Monster zerstören, das dein Gegner kontrolliert. Und falls du dies tust, kann diese Karte sofort 1-2 in Angriff durchführen. Also, OTK Potential. Ähm, falls diese Karte zerstört wird, kannst du stattdessen ein Monster von den Friedhof verbanen. Toll. Das war's. Punkt. Äh, du kannst jeden Effekt nur einmal pro Spiel zu verwenden. Protection Effect, OTK Potential. Die Karte ist super für alter Geist. Fehlt dem Deck, halb übelst noch. Die Karte eben, um halt eben ein OTK zu machen. Weil genug ATK hat das Monster selber, kann dann angreifen. Und, äh, der nächste, wir haben bald alle zusammen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ähm, zweite Karte. Und alter Geist. Noch mehr. Ich, ich werde. Wenn ein alter Geist Link-Monster als ein Link-Beschworen auf der Spielfeldseite beschworen wird, außer wenn das Step-in-Step, kannst du ein anderes Link-Monster auf dem Spielfeld wählen. Beschwore die Karte als Spezialbeschworen von deiner Hand in der Zone. Auf das gewährte Ziel. Zusätzlich wird das Monster für den Rest des Spielfelds als alter Geist Monster-Bundle. Du kannst den Effekt von ihm noch einmal pro Spielfeld verwenden. Super gute Karte. Und mir fällt gerade auf, wenn wir jetzt hier schon anfangen, äh, alter Geist Karten hier erfolgreich vorzulesen, dann würde ich sagen, gucken wir uns natürlich auch nochmal, äh, die alter Geist Karte vom, äh, am Anfang an. Dann werden wir ja noch eine alter Geist Karte gezogen. Wenn ich sie denn jetzt, äh, finden würde, ich finde sie nicht. Das ist jetzt natürlich, äh, nicht so gut. Hä? Wo ist die, wo ist die verschwunden? Oder doch mal einmal durchgehen? Sonst machen wir einfach nächstes Pack. Ähm, wenn ich einfach das nicht finde. Das war Info Nobel. Hä? Äh, das war Info Neub, meinte ich. Wo ist denn die alter Geist Karte hin? Hä? Das ist ja... Ach krass, die ist ja unter, ne? Ne. Doch, da, ich dachte schon, sie ist weg. Ähm, falls ein alter Geist Monster, das du kontrollierst, als Link-Material für ein alter Geist Monster verwendet wird, kann auch diese Karte von deiner Hand als Material verwendet werden. Was natürlich sehr, sehr praktisch ist, einfach, um in höheren Links zu kommen. Wie gesagt, wie zum Beispiel das Link-4-Monster. Ist natürlich sehr, sehr cool. Ähm, du kannst den Effekt von ihm nur einmal pro Spiel zu verwenden. Ist klar. Falls dein alter Geist Link-Monster als Link-Materialbeschwung auf deine Spielfeldseite beschworen wird, solange diese Karte in deinem Friedhof befindet, außer wenn du das Step & Steps, du kannst dir die Karte, ähm, du kannst dir die Karte deiner Hand hinzufügen. Auch sehr, sehr cool. Nett, nett, nett. Ja, das war die erste Hälfte. Und ich bin hin und weg. Also wirklich. Hin und weg. Und wir machen weiter. Äh, weil... Ist ja, ist ja krass. Oh, Idee auch. Idee auch. Rippen. Fossil Ausgabe und Zweite. Sehr cool. Weil, äh, Playset Incoming. Und, oh, Astral-Kuribo. Alter. Okay. Das ist, das ist mein Highlight-Kuribo hier. Das ist mein Highlight-Kuribo. Definitiv draus. Treten der, definitiv. Ähm, Geräte-Wesen. Kommt hier ebenfalls. Äh, drin. Sind hier halt drin. Und... Oh, ein Doppel-Würdig. Oh, schön. Super schön. Super, super geil. Also mir gefällt das Set. Sehr gut. Aber ich würde jetzt gerne noch, ähm, Droplets ziehen. Äh, verbotene Tropfen. Hätte ich dann doch gerne. Oh, der Kuri-Kuribo. Klassische Kuribo. Einfach mal. Oh, der Level-5er. Der sehr, sehr wichtig ist für das Deck-Thema. Ja, natürlich multiplizieren. Und... Alter, das ist eine Preiskarte. Ich auch moin. Einfach hier so drin. Let's go. Wie geil. So, das ist saugut. Das ist einfach... Das ist Mauerkaiju. Ähm, edle Ritter. Speerträger. Hä? Okay. Ähm... Ach, auch. Für Blumen. Für Blumen. Für Blumen. Für Blumen-Thema. Rübon. Hä, das ist ja... Oh mein Gott. Und ich hab ihn gezogen. Ja, Kraken. Kraken-Karte. Das ist eins der beiden Exits. Ich hoffe, wir ziehen das Zweite. Denn sonst kann ich gar nicht so genau erklären, was das kann. Denn das alleine ist nicht so stark. Aber mit dem anderen zusammen ist das ein sehr, sehr starker First-Turn. Denn ihr könnt dann einmal schießen. Und wenn euer Monster zerstört wird, dürft ihr zwei weitere Male einfach Monster zerstören. Das heißt, mit ihr und den anderen könnt ihr halt drei Monster des Gegners zerstören. Super gute Karte. Ich hoffe, ich ziehe das Gegenstück noch. Ähm, und ich hoffe noch auf eine ganz bestimmte Falle, die ich ebenfalls ziehen möchte. Äh, oh. Oh, jetzt bin ich jetzt zu schnell hier. Oh, nochmal. Auch, also, naja, ich bin keinem von neun Spielern. Aber, nice, dass die hier drin sind. Re-Pin ist auf jeden Fall da. So, weiter geht's. Utopia mit alter Demon Artwork. Auch sehr interessant, dass die da drin ist. Wuuuuh. Schick. Normaler Hai. Und Großvater Demon. Oh, cool. Wie gesagt, das ist halt Support für das dolle Thema quasi. Aber, wir machen weiter. Nochmal Corrivo. Gerätewesen. Eisspiegel. Auch wieder hier Wasser Support. Eis wäre eh immer natürlich gut. Waaas? Seele ist hier drin. Aufgegebene Seele. Ich, es überrascht mich. Wie gesagt, Leute, ich kenne hier nicht alle Karten draus. Und ich werde immer wieder, hallo, die Schafstellen. Immer wieder überrascht. Alter, Highlight. Ich sag das die ganze Zeit. Irgendwie fällt es weg hier. Also, wenn ich Beatrice. Beatrice. Zu, zu gut. Einfach Red Ice Fusion. Noch eine Rotheugel Fusion. Nice, nice. Und was ist das? Ich kenne die Karte nicht. Ich muss lesen. Okay. Also, einfach hier fix und fertig. Ein Lichtkrieger-Avonster und ein Ungeheuer-Avonster. Ein Pro-Spielzug während dein Spielzug, wenn dein Gegner eine Feinkarte aktiviert. Schneideffekt. Du kannst die Aktivierung annullieren. Und falls du dies tust, setze die Karte. Okay. Nett erstmal. Du kannst jeden der Folgen von ihr nur einer pro Spielzug verwenden. Während jeder Mainphase, du kannst ein Monster der Stufe 2 oder niedriger Spezialbeschwörung von deiner Hand oder der Friedhof beschwören. Okay. Ist schon mal nett. Schon mal nett. Sechs Sterne übrigens. Ist auch ganz nett natürlich. Und dann auch. Du kannst ein Monster der Stufe 2 oder niedriger Spezialbeschwörung von deiner Hand oder Friedhof beschwören. Falls dies die Karte als Synchro-Material für ein Windkriegermonster auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein offenes Monster auf dem Spielfeld zerstören. Die ist voll gut. Kann man einfach so zwischenliegen. Finde ich nett. Sehr gut. Noch vier Booster. Bitte lass mich noch die Falle ziehen. Oder Droplet. Ich will die Falle. Oh nein. Ich habe die auch vergessen. Die ist ja auch drin. Viel zu gut. Flügelbelohnung. Aber was für eine Belohnung. Und zwar, falls alle Monster, die du kontrollierst, gefühlte, ungeheuer Monster sind und du mindestens zwei Monster mit unterschiedlichen Grundnamen kontrollierst. Dann zahlt ihr 600 Lebenspunkte, ziehen zwei Karten. Bam. Beste Karte. Viel zu gut. Viel zu gut für viele verschiedene Decks. Weiter. Ich will jetzt sie... Ich will so viel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist nicht die Karte, die ich meinte. Aber Vogelschlag. Supergeide Karte für die Liedervögel. Die Karte ist suchbar und sie negiert alle Effekte von allen offenen Monster eines Gegners. Und jetzt denkt ihr euch, hä? Kann das Dark Ruland Humor nicht auch? Genau. Das kann die auch. Nur, dass der Gegner darauf reagieren darf. Das heißt, der Gegner muss den negieren. Oder das ganze Feld ist ebenfalls analytisch von Gegnern. Super gute Karte. Einfach nur gut. Top Karte. So. Aber wir erwarten noch. Da haben wir schon gezogen. Haben wir schon gezogen. Jetzt komm. Ich will entweder verboten Tropfen ziehen. Oder die Feierkarte. Bitte lass mich die Feierkarte ziehen. Lass mich bitte die Feierkarte ziehen. Lass mich die... Oh, nochmal der Drachen. Oh, das ist cool. Okay. Also, die Feierkarte. Wird eine super gute Side-Tech-Karte. Es geht um eine permanente Feierkarte. Die sagt, du kannst die Eigenschaften... Entschuldigung. Den Typ vom Friedhof des Gegners ändern. Ist sehr, sehr cool. Aber hier... Wir müssen nochmal durchgehen. Was ist das? Was ist das? Das ist ja alles unerwartet. So. Und zwar. Einmal Vogelschlag. Super gute Karte. Vögelbelohnung. Super gute Karte. Fusionskarte. Red Eyes Fusion. Unerwartet. Beatrice. Unerwartet. Komplett. Seele. Überhaupt nicht erwartet. Die war jedoch bekannt. 89 ist hier drin. Warum? Also, wie geil. Wir haben leider nicht den anderen Kragen gezogen. Das ist schade. Hätte ich gerne gezogen. Hätte ich dann auch gerne ein bisschen mehr gezogen. Asai Kuribu. Mein Lieblingskuribu. Alter Geist ebenfalls hier. Die Verse kann. Die hat 99 auch sehr cool. Auch ein super Refit. Was ist das? Das ist ja mal so krass. Ich frage mich, ob die andere Karte, ob der andere böse Held ja auch drin ist. Wenn ja, wie geil. Ja, Red Eyes Fusion da war. Und Seelen der Magier. Zu hübsch. Aber Leute, mit dieser Karte würde ich mich dann verabschieden. Denn es ist so geil. Ja, überraschend. Ich bin komplett überrascht. Bin einfach geflasht. Wie gesagt, ich kannte hier nicht wirklich viele Karten draus. Jetzt weiß ich mehr. Und bin, ja, gefällt mir einfach. Ich bin super zufrieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt einfach mal sagen, wart ihr auch so überrascht, mich? Oder nicht? Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis bald.